Moin Moin und Willkommen zu 238 Folge The British Forces. Wir spielen USA, wir spielen 4v4 und zwar mit zwei Briten und einem anderen USA Spieler zusammen. Ed Silmon ist der andere USA Spieler und die Briten Old Metal Rifle und The Tripping Tool. Ja, das sind auf jeden Fall unsere Gegners und wir spielen gegen zweimal Wehrmacht und zweimal OKW. Zwei EC-Leute allerdings auch dabei. Einmal EC Major Pelham, das ist einmal Wehrmacht Spieler. Einmal OKW, EC Killzoom, denke ich mal. K1LL Zoom, also Killzoom, denke ich. Und wir haben hier Chart und Frontside Tactical noch dabei. Der erste ist dann, also Chart ist Wehrmacht und der andere ist OKW. So und ja, nochmal zum letzten Spiel. Da wir das ja gewonnen haben, sind wir relativ mittig von 200, also zwischen 100 und 200 gelandet. 149, Platz 149 haben wir erreicht. Finde ich eine ganz nette Sache. Kann man sich ja eigentlich nicht beschweren. Müssen wir nochmal gucken, dass wir das irgendwie auch, ja, quasi noch ein bisschen ausgebaut bekommen. Das wäre halt Knorke. So, geht mal ruhig noch ein Stück ran, solange die am Bauen sind. Okay, da ist ein MG, das ist natürlich blöd. Ich hoffe nur, dass die dementsprechend schnell sich um die Dings kümmern werden. Um die Stadt. Im Moment geht so, ne? Im Moment geht so. Hmm. 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 Sind wir gerade nicht so ganz schlüssig hier. Alles gerade so ein bisschen blöd von der Position auch. Aber naja, müssen wir mal schauen. Hmm. Jetzt haben sie uns auf jeden Fall hier auch mit dem MG. Ah, hier ist sogar noch ein ganzes Stück. Ja gut, dann brauchen wir hier auch gar nicht weiter kämpfen. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Unsere Pios, beziehungsweise Tappentrupps, dürfen sich dann jetzt auch mal lieber verziehen. Nicht, dass die gleich einen Rücken kriegen. Okay. Und dann sollten wir gucken, dass wir hier gleich mal weiter tacken. Sobald möglich. Ach, das ist ja interessant. Schaut mal. Wenn hier ein Dings kommen würde, ein Pop-up und man irgendwas drückt, ein Shortcut, verschwindet der immer wieder. Das ist ja lustig. Ist mir auch gar nicht aufgefallen. Naja. So. Nicht dein Ernst. Alter, der Typ ist irgendwie ein bisschen... Ach, naja. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen weiter hier mit rumkümmern. So geht das ja nicht. Ich scheine das ja hier nicht so ganz hinzukriegen. Hm. Was mir jetzt nicht gefällt, ist... Na, da können wir jetzt eigentlich gar nicht viel machen im Moment. Ist schon ganz okay, wenn wir hier rangehen. Würde ich sagen. Oder? Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ich bin mir gerade wirklich nicht sicher. Nicht sollten wir hier nochmal ergucken. Ah, genau wegen sowas. Da ist aber kein MG. Okay. Na gut. So. Deswegen. Wir brauchen eine MG. Schnappt den euch, den Trupp. Und schon. Knallt sie ab. Na, kommt euch da hin. Ist okay. Da habt ihr ja ganz gut Deckung. Ah, so sieht das doch ganz schick aus. Haben wir sie echt alle abgeknallt? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Schaut zumindest ganz danach aus. Da geht mal ruhig noch ein bisschen ran. Da ist Deckung. Genauso wie hier Deckung ist. Und da. Okay. Ja, Mann, ey. Dass manche Leute das immer noch nicht geschnallt haben. Das verstehe ich nicht so ganz. Okay. Guckt mal da. Können wir ärgern. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Kommt schon. Das war super, wenn ihr den reinwirken könntet. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Ne. Nicht sinnvoll. Wir machen ihm zwar ein bisschen Damage. Wo ist der dann? The Tripping Pool. Was ist denn das für einer? Mhm. Okay. Naja. Sollten wir echt sich hier rumkümmern. Meine Güte noch mal, Leute. Na, komm. Können wir uns hier nicht stören? Ne? Was hat er denn dann vor hier? Ich mache nur ein bisschen blöd rumfahren. Na gut. Los, Jungs. Macht mal hinne. So, wir haben eigentlich jetzt inzwischen schon wieder ganz gut was angesammelt. Bin gerade echt am überlegen. Ist du mal vielleicht echt gar nicht so schlecht. Oh, jetzt müssen wir schnell reagieren. Ganz schnell reagieren. Ganz, ganz schnell reagieren. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Versucht ihm zu helfen. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Ballert jetzt. Genau. Sehr gut. Das könnten die vielleicht noch halten. Ah. 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 Na. Eher nicht. Eher nicht. Schade. Schade. Schade, schade, schade. Wir sind einen Tick zu spät gekommen. Egal. Jetzt müssen wir trotzdem noch mal hier in die Mitte abchecken. Und wir sollten auf jeden Fall hier nochmal Treibstoffdepot setzen. Hm. Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ob wir wirklich die Doktrinen mal wieder nehmen sollen. Wie immer. Aber ob es nicht vielleicht sogar wirklich sinnig wäre, was anderes zu nehmen. Hm. Auf jeden Fall sollten wir sich mal ein kleines bisschen aufteilen. Kommt schon. Auch interessant, dass die da... Oh, fuck. Das ist jetzt natürlich nicht so schön. Das ist gar nicht schön. Nee. Da müssen wir einmal komplett zurück, gell. So, den werden wir mal eben so nebenbei nochmal einnehmen, ja. Aber wirklich nur nebenbei. So, einmal nochmal einen Moon bauen. Der ist komplett zurückgefallen. Na, war zu erwarten. Wir müssen weiter hier auf jeden Fall Grupp machen. Das ist viel, viel, viel wichtiger, meiner Meinung nach. Vor allen Dingen, dass wir hier auch sichern. Das ist wichtig. Hm. Die brauchen noch. Die brauchen auch noch. Ja, komm, was soll's. Hm. Ich meine, Easy 8. Da hat sich auch nichts groß geändert. Na, was soll's. Was soll's, was soll's, was soll's. Äh, stopp mal eben. Wir schießen uns hier schon. Au. Au, 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 au. Kann mir ja vorstellen, wo wir gleich mal eben kurz hin sollten. Das war hier so. Und schon. Na, wobei, da ist er ja jetzt schon wieder. Die kriegen diese scheiß Ecke nicht. Die kriegen da in der Stadt nicht die Kontrolle. Das ist überhaupt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wir haben eigentlich viel zu viele Truppen. Wir hätten nur zwei bauen sollen. Naja. Hat er ihn echt zurückgeschlagen? Das gibt's doch nicht. Ja, super. Und wir stehen jetzt hier so geballt an der Position, wo ich eigentlich gar nicht kämpfen wollte. Klasse. Ah, Grupp verloren. Super. Ich wollte hier gar nicht kämpfen. Verdammter Scheiß nochmal. Was soll denn das? Mann, 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 Mann. Au. Ja, klasse. Hat er geklappt? Hat er richtig geklappt hier? Oh, Mann. Hm, irgendwie hab ich grad das Gefühl, wir werden das Spiel verlieren. Ich bin mir gerade sogar ziemlich sicher, dass wir das Spiel verlieren werden. Hm. Das ist irgendwie grad ziemlich uncool. Hm. Das Problem ist, ich kann nicht. Ich kann jetzt hier nicht nochmal ein Cash-Depot bauen oder so. Aber wenn wir das jetzt wieder machen, haben wir wieder, ne? Manpower. Ja. Und schon ist die Manpower wieder runter. Wir brauchen die einfach gerade. Hm. Klasse. Ah, ha, 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 ha. Ha. Mal gucken wir mal. Hm. So. Einmal durchgerüstet. Dann legen wir nochmal los hier. Ja, wobei jetzt scheinen sie ja hier ein bisschen was zustande zu kriegen. Jetzt kommen sie hier schon wieder. So viel dazu. Ich will da nicht durch. Äh. Ich will da nicht durch. Lag. Wow. Monster-Lag. Jo. Das war jetzt ein richtig übler Lag. Ja. Ich wusste alles. Kommen sie gerade. Gib Gas. Gib Gas. Gib Gas. Gib Gas. Die müsst ihr mal einmal weghauen. Genau. Gar nicht erst hier zum Zugekommen lassen. So geht das nicht hier. Ja. Jetzt ist die Frage. Ist da noch ein MG drin? Ich hab's jetzt leider nicht sehen können. Leider nicht. Leider nicht. So Jungs. Ihr geht eben trotzdem. Egal was ist über die Flanke. Ihr da hin. Ja. Da ist was. Dann lenkt der jetzt schon ab. Kommt schon. Kommt schon. Ach shit. Wird noch nicht die Granaten. Fuck. Erforscht. Fuck. Okay. Das ist jetzt richtig übel. Okay. Okay. Riesenproblem. Wow. Zwei Truppen verloren. Wow. Okay. Tja. Noch eine Infanterie verloren. Uff. Oh. Das war's. Also. Da brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr wirklich was machen. Wir haben gerade unseren ganzen Angriff quasi verloren. Wow. Und den auch noch verloren. Ja. Super. Ich sag da jetzt nix zu, ne? Warum? Warum? Warum stehst du hier? Warum spielst du hier? Aha. Ja. Das ist jetzt verkackt. Das ist jetzt richtig verkackt. 400 kosten die. Tja. Was soll ich sagen, noch? Da bleibt uns jetzt nicht mehr viel über. Tja. Wahnsinn. Sogar schon hier direkt vor unserer Base am, am zurückziehen. Verrückt. Das ist schon echt verrückt. Ah. Da sind sie. Da sind sie. Also. Na ja. Ranger-Trop. Wir probieren's natürlich noch. Also. Einfach aufgeben tun wir natürlich auch nicht. Aber. Kann natürlich jetzt einen kleinen Moment dauern. Bevor wir jetzt hier wieder vernünftig auf den Stand kommen. Okay. Das bringt nix. Das bringt nix. Das bringt nix. Okay. Einmal hier rüber. Müssen auf jeden Fall den Punkt wiederholen. Ganz wichtig. Und die müssen auf jeden Fall mal irgendwie irgendwo sich sammeln. Also stehen die immer schön auseinander. Das mag ich eigentlich. So ein bisschen verteilend sind. So. Wir sollten jetzt mal hier einmal versuchen durchzuhuschen. Das war halt super. Mal gucken, was wir das MG mal nerven kann. Wieso ist da jetzt keine Deckung? Was solltest du hier Deckung haben? Eigentlich. Ja. Ne. Ist klar. Ist schon richtig. Ist schon vollkommen richtig. Ne. 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 Bewegt euch. Bewegt euch. Bewegt euch. Bewegt euch. Bewegt euch. Bewegt euch. Nein. Nein. Pui. Aus. Okay. Da kommen sie jetzt. Egal. Oh. Da kommt sogar ein bisschen mehr. Halt. Da können wir gerade mal versuchen ranzugehen. Komm schon. Granate. Hat er glaube ich noch gar nicht richtig gesehen. Oh. Doch. Jetzt hat er sie wahrgenommen. Aber trotzdem noch ein bisschen Schaden machen können. So. Und jetzt hier durch. Mal hoffen. Als wir da was reißen können. Ach. Übel ey. Naja. Tjo. Ne. Können wir nicht. Können wir leider nicht. Aua. 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 Sind da viele. Aua. 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Sie schaffen es aber anscheinend. Puh. Noch mehr schlecht als recht. Oder wie sagt man so schön. Okay. Also hier wieder hin. Na gut. Einmal versuchen hier so zu sammeln. Wieder neu zu formieren. Puh. Wie wir auf den Arsch gekriegt haben. Ne. Gott. Da sind sie schon. Ach du Elend. Ach du Elend. Oh. 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 Oh schon. Genau. Sieht gut aus. Vor allem mit der Unterstützung. Jo. Puh. Das war jetzt haarig. Okay. So. Noch mal wieder ran. Wobei die sollten mal hochgeheilt werden. Was ist da? Ah, okay. Die werden da gerade blöd flankiert. Puh. Tja, ne? Ja, nochmal gucken, dass wir hier vielleicht sag mal irgendwie habe ich mich gerade ein bisschen verarscht gefühlt. Wieso war der jetzt nicht mehr an? Hatte ich den gar nicht an? Ich hatte den noch angestellt. Guck mir gerade ein bisschen veräppelt vor. Naja. So, versucht mal eben da nochmal. Da wäre echt gerade ganz gut. Komm schon, Salva. Alles drauf, warum was geht. Ist auch schon gut. Ja. Ja, wir sollten Jackson sparen. Beziehungsweise Treibstoff haben wir ja schon dafür. Puh, 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 puh. Okay, immerhin haben wir den Punkt. Ui, 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 ui. Will er unbedingt das NG da weg haben? Warum auch immer. So böse ist das doch gar nicht. Äh. Äh. Können wir da nur ran? Okay. Das ist jetzt ein bisschen uncool. Eigentlich würde ich das Gebäude mal hier ein bisschen unter Geschuss nehmen. Hm. Wir haben halt nichts mehr gegen Panzer da. Ein bisschen blöd. Egal. Wir versuchen jetzt einfach da nochmal durchzurutschen. Oh, 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 oh. Ja. Oder auch nicht. Granate schnell. Ja. Alter. Ui, 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 ui. Das war ja jetzt schon wieder übel. Hm. Gut, jetzt hat er sich nach vorne gebunkert. Dann ist das okay. Wenn sie ihn da auch gelassen haben. Eigentlich mir überlege, was wir dafür auch halt opfern mussten. Aber das ist schon echt übel. Komm schon, schnell rein da. Dass sie die da unterstützt. Hier auch. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Genau. Oh, oh. Oh, oh. Raus da, raus da, raus da, raus da. Ja, ja, ja. Das ging noch. Das ging ja sogar noch. Ah, diese blöden Panzer hier immer. Das ist halt echt nervig. Wir brauchen halt irgendwas gegen Panzer, was wir im Moment überhaupt nicht haben. Das ist ein bisschen scheiße. Ich würde unbedingt diese Artillerie einfach mal beschießen. Das würde mir ja schon reichen. Na, komm schon. Da rein. Da rein. Werf doch mal. Kann nicht. Meine Fresse nochmal. Ah, stirbt er noch. Ich schätze schon. Nee. Wer gar nicht auf den Rauf geht. Ah. Wieder nix. Wieder nix. Naja. Okay, jetzt können wir uns auf jeden Fall endlich mal einen Jackson leisten. Ein bisschen früher, aber egal. ein bisschen Manpower wollte ich noch für die Truppen überhaben. Jetzt werden wir hier wieder gegen Diek erstmal kämpfen müssen. Puh. Jetzt will er wieder hier hin. Wie leckt das schon wieder hier so ein bisschen. Puzzle. So, ein kleines Puzzle. Ah, 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 ah. Was liegt da? Schnappt euch das? Schade. Schade. Was macht was an wir da schon wieder? Oh, der hat drüben gesessen. Der war gut. Oh, Pushing ist das. Okay. So, Jungs. Kommt. Ran, 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 ran. Wir könnten jetzt mich ein bisschen ärgern. Guck mal da. Bist du dir mal schnappen. Aha. Nicht getroffen. Au. Der hat aber getroffen. Okay. Verziehen wir uns lieber. Verzieren wir uns lieber. Ja, um. Da mal eben hin. Doch da könnte der ganz gut stehen. Vielleicht sollten wir auch einfach mal hier unseren Wegpunkt mal hier rüber holen. Nervt ein kleines bisschen. Na, komm. Schieß, 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 schieß. Schieß, schieß, schieß. Na. Auf zu laggen. Na. Okay. Ich wollte gerade sagen, kriegt er die blöde Granate noch raus. Okay. Mal einmal hier rüber drehen. Wird jetzt bestimmt von da kommen. Äh. Er sieht uns. Sie sieht er uns. Wieso sieht er uns? mal eben hier rüber. So, repariert euch mal. Tack, 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 tack. So geht das ja nicht. Das Ding macht mir ein bisschen ein bisschen ein bisschen Kopf zerbrechen. Muss ich mal sagen. So. Können wir mit denen dann haben. Bitte nur noch Verpurschen. Okay. Bauen sie sich da eine fette Base auf. So, halbwegs. Hm. Eigentlich wäre ja echt nochmal sowas wie Arty richtig geil. Äh. Äh, äh. Jetzt versuchte uns hier nochmal weg zu Arty. Ist nicht. Vergiss es. Wieso kriegen die hier Heilung? Arvin bei 3 und 2 wahrscheinlich. Okay. Jetzt wäre es, glaube ich, gar nicht so uninteressant, hier mal rüber zu hutschen. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu weit nach oben gehen. Kommt schon, kommt schon. Kommt schon. Einfach mal hinten ran, genau. So. Gucken wir mal. Ja. Hat er gar nicht so wirklich gecheckt, dass wir von der Seite sind. Anscheinend so, irgendwie. Okay, ein Pupp haben wir, glaube ich, erwischt, oder? Bin mir nicht sicher. Naja. Selbst wenn nicht. Er hat auf jeden Fall seine Arty getriggert. Oder wir haben seine Arty damit getriggert. So, jetzt fehlt nur noch ein Commander-Punkt, dann können wir auch mal endlich diesen blöden Pershing holen. Machen wir hier nochmal eben Bunker. Ei. Wie schießt er uns hier gleich wieder? Werksack. So, ein Werksack. Ah ja. So. Durch Heilung. Rebarieren. Rebarieren. Aufrüsten. Okay. Jetzt sind sie da schon wieder zu Gange. Mhm. Okay. Naja. War jetzt eigentlich nicht so prall. Aber gut, wenn er meint, dass sich das gelohnt hat. Gibt mal Gas hier. Gibt mal Gas hier. Wir brauchen euch hier. Schnell, schnell, schnell. Einmal. Oh, das hat jetzt gesessen. Hä? Beim Rückzug noch erwischt? Oder was ist da jetzt passiert? Ich glaube, ja. Okay. Ich will mal eben auf die da schießen. Ich nerven da gerade mal ein kleines bisschen. Ah. So nicht, mein Freund. Au, 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 au. Okay. Verziehen wir uns mal. Der verziehen wir uns mal. Okay. Guck, guck. Na du. Ah, da ist aber auch noch einer. Aucci. Aucci, Aucci, Aucci. Da darfst du mal ruhig auf alles schießen. Kannst du da auch noch mal rüberhalten. Hättet ihr überhaupt geheilt? Ja, es dauert mir alles hier immer so lange irgendwie. Ah ja. So. Könnt ihr die mal beballern da? Wäre vorzüglich, weil ihr eigentlich mal sogar direkt reingehen könntet. Also spaßeshalber. Ah, zu spät. Jetzt ist es ein Fick zu spät gewesen. Äh, ja. Kannst du sagen, dass er den Bunker nicht mag? Wenn ich mir das so angucke. Scheint ja so, war. Oh. 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 Meine Freunde. Wollt ihr uns jetzt hier etwa ärgern? Wollt ihr uns hier etwa ärgern? Oh. Was wehgetan? Ah, schnell weg. Das geht nämlich hier bei uns hin. Jo. Nicht wirklich getroffen. So, ist schön. Ähm. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Sehr gut. Muss man aber hier mal ganz schnell runnen. schießt. Schießt. Sauber. Hinterher. Hoffen die Sicht jetzt. Äh. Armin. Sauber. Jo, muss das sein. Jo, muss das sein. So. Wollen wir die mal eben noch zurückziehen? Alles klar. Bum, bum, bum. Das ist nix. Das ist gut. Autsch. Naja. Dann halt auch noch mal ein kleines Stückchen zurück. Was, wie, wo, ran. Das ist schon wieder die Party. Aua. Dann holen wir uns mal ein Pershing ran. Bum, 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 bum. Ja, haben wir uns ja doch hier irgendwie noch gedreht. Bekommen. Ja, krass, wie wir echt hauptsächlich Manpower als Problem haben. Ist schon krass. Aber ist auch kein Wunder, wenn man hier die ganze Zeit so gesprengt wird. Ich würde sagen, die verziehen sich lieber. Haben wir, die Veteranen zu verlieren. Jo. Weg hier. So, ne Pack ist da hinten, sagte er. Aber sollten wir dann erstmal nicht hin. Bum, 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 bum. Das hat man noch nicht repariert hier. Mann, wir kommen einfach nicht auf einen vernünftigen Manpower-Count. So das Gefühl. Was ist denn da hinten? Okay. Das ist ja nicht so wild. Mal drehen. Hm. Hatten die nicht eigentlich schon mal irgendwann hier hinten Sicht gehabt? Die hätten doch eigentlich schon mal sehen müssen, was wir hier haben. Hm. Ja, das war der Bunker. Okay. Da kann man nicht allzu viel machen. Okay. Ich würde mal sagen, da ziehen wir mal einmal kurz hinten ran. So, ganz schnell. Komm schon. Komm schon. Okay, das war jetzt uncool. Das war jetzt echt uncool. So, mal die jetzt von der Seite kommen werden. So, die Schütze. Was ich nicht gesehen habe. Repariert die mal. Ne, kommen sie nicht. Haben nicht damit jetzt gerechnet. Doch. Kommen sie doch. Klar. War zu erwarten. Uiuiuiuiui. Okay, das war jetzt übel. Das war jetzt übel. Ja, ich habe mich aber auch immer wieder so in blöde Situationen rein manövriert, ne? Eieiei, da haben wir jetzt fast alles verloren, was wir hatten. Wow. Ich muss auch sagen, ich bin irgendwie nicht ganz fit gerade. Das merkt man wohl auch. Ja, jetzt lockt sie hier auch noch hin. Das ist genau das Richtige, was du tun kannst. Egal. Letzter Angriff gewesen von denen. Puh, puh, puh. Eieiei. Ja, aber der Start für uns war echt beschissen. Wir hätten am Anfang echt... Wir hätten drauf scheißen müssen und einfach auf der Rechten bleiben sollen. Glaube ich. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, das war schon richtig. Das hätten wir wohl verloren. Aber dadurch, dass wir halt in der Mitte geholfen haben und denen rechts ausgeholfen haben, haben wir die Truppen verloren. Und... Ah, ätzend. Bin mir gerade echt nicht sicher, was das Klügste gewesen wäre. Bin mir gerade echt nicht sicher. Nee, ich denke, das war schon okay so. Auch wenn wir halt echt extremst viele Verluste dadurch eingefahren haben. Wobei vom Schaden her waren wir echt gut dabei. Hm. Ich hätte es nicht erwartet. Da. Da war das. Da war das. Und ja. Ne? Okay, ich glaube, das war schon alles vollkommen okay, so wie es gemacht war jetzt. Ne. Das hätten wir wirklich so nicht besser machen können letzten Endes. Das war schon okay. Das war schon okay. Naja. Nun gut, dann würde ich einfach mal sagen, ich hoffe, ihr habt auch soweit Spaß gehabt. Schön, dass ihr eingeschaltet hattet. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.